...gefühlt wie auf einem türkischen Passat. Und zwar, man bringt zwei Punkte vor, so hat man es ja in den letzten Jahren mit uns immer gemacht. Man bringt zwei Punkte vor, sagt dann, ja, so hart habe ich es gar nicht gewollt. Und dann lässt man sich ja wieder auf einen faulen Kompromiss ein. Dann wird ein Punkt nachgelassen, dann wird hier nachgebessert, dann wird ein bisschen verhandelt. Und am Ende des Tages habe ich das eigentlich erreicht, was ich erreichen wollte. Das ist mit uns nicht mehr zu machen. Für mich haben Sie als Landwirtschaftsminister versagt und die Bundesregierung ihre Glaubwürdigkeit absolut verspielt. Und ich frage mich... Warte, warte. Sie führen das Bundesministerium für Landwirtschaft. Für Landwirtschaft, steht zumindest im Logo. Und ich frage mich, wann Sie sich in diesen zwei Jahren Amtszeit, und das frage ich jetzt euch, wann, zumindest, naja, fangen wir anders an, wann hat sich unser Landwirtschaftsminister in den letzten zwei Jahren schützend vor dem Berufsstand seines Ministeriums gestellt? Wann? Sie haben eine Verantwortung für uns Bauern, die die Lebensmittel produzieren, die Energie produzieren, die in dem Land gebraucht wird, die Sie und dieses Land satt machen. Energie im Ministerium! Aber auch für die Verbraucher. Und wenn der Verbraucher in dem Land immer mehr für Lebensmittel bezahlen soll, bei uns aber nichts ankommt, oder nicht das ankommt, was wir zum Leben und zum Überleben brauchen, dann läuft das grundsätzlich absolut verkehrt. An den Christian Linder und an die FDP-Bundestagsfraktion, die höchsten Steuereinnahmen, die dieses Land je gesehen hat. Einen Haushalt, der nachweislich jetzt gesetzeswidrig ist. Sie dürfen eines nicht machen. Teile und Herrscher. Ich hoffe, dass wir es schaffen, dass die deutschen Bauern es schaffen, dieses Land zu einen, dass wir wirklich zusammenstehen, dass wir nicht spalten und dass wir uns als Bauern auch nicht dorthin stellen lassen, dass jetzt, wenn angefangen wird, vielleicht im Ministerium, im Kabinett zu verhandeln, wie man das Geld jetzt irgendwo anders herbringt, dass man jetzt dann sagt, naja, dann geben wir es halt den Bauern wieder. Dafür seid ihr dann alle die Sundenböcke. Dafür lassen wir uns nicht hernehmen und dafür sind wir nicht bereit. Denn die Bevölkerung in diesem Land hat auch die Schnauze voll von einer CO2-Besteuerung, die jetzt zum 1.1. kommt, von 30 auf 45 Euro die Sonne und von einer höheren Maut. Ich glaube schon, dass jeder, der in der Politik ist und jeder, der Minister ist in diesem Land, Stratege ist, einen gewissen Grips in der Birne hat und auch eine gewisse Intelligenz hat. Aber die Frage ist, die Frage ist für mich wirklich, wenn diese Leute abends oder frühs nach dem Aufstehen in den Spiegel schauen, ob sie überhaupt wirklich ein Gewissen haben und ob sie wirklich für dieses Land und für ihr Volk da sind oder nur für die eigene Hosentasche. Und wenn die FDP und die FDP-Fraktion, und das tragt bitte weiter, wirklich ein Gewissen hätte, Charakter hätte, Ehre hätte, würde sie aus dieser Koalition, aus dieser Bundesregierung erst gestern schon rausgegangen sein, statt heute oder morgen, um dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Wir machen weiter, es geht nur gemeinsam. Dankeschön und Dankeschön an den Deutschen Bahnverband. Danke an euch alle, danke, dass ihr da seid und wir machen weiter. Danke, danke. Danke.